Hallo meine Füchse! Heute bin ich etwas leiser. Draußen sind sie schon am Vorbereiten und Aufbauen. Heute ist nämlich ein besonderer Event für die ACW. Darum sind wir ins Lager verantworten. Momentan bin ich noch allein, aber ich kann euch nachher mitnehmen zu einem Event in dem es ein Sark Match, ein Käfig Match, ein Last Woman Standing Match geben wird unter anderem und auch eine Hall of Fame Einführung und eine Preisverleihung. Also kommt mit! Musik Die Begründung ist das Chef Systoria. Manwege von Kreativ. The Red Queen ist die Begründung. Simon Schiff. Die Begründung ist das Chef Systoria. Der Begründung ist das Chef Systoria. Die Begründung ist der Begründung von Kreativ. Die Begründung ist der Begründung. Der Begründung ist der Kreativ. Der Kreativ. Der Kreativ. Der Kreativ. Der Kreativ. In Begründung seines Mentors. Nox zu kaum. Die beiden waren ja auf eine ganze Zeit World Tag Team Champions haben den Titel leider verloren. Aber heute Abend besteht die Möglichkeit das Gold wieder zurückzuholen. in einem Match gegen genau diese beiden anderen Teams. Es ist nun eindeutig, dass meine Brotherhood of Disordered Souls das Nummer 1 der Team sind. Egal in welcher Konstellation. Rick Taylor und Merrow. Ich und Binariel. Binariel und Rick Taylor. Wir haben hier die letzten Abende, die letzten Wochen, die letzten Jahre damit vertracht ACB zu kontrollieren. Und deswegen sind meine Männer zu Recht Tag Team des Jahres. Wie jetzt an der Teils dreirland. Binariel und Rick Taylor mit einer 3er Kreativ. In Jetzt ist ja Beingangszeit, es ist der Erste der Ziererbeingang, steht vor der Tür und das ist der Erste der Ziererbeingang, ich habe den Einschatz für dich, was ich hier lerne und dieses Dicht wird ich euch jetzt vorlesen. Es ist gesinnlich, ein bisschen Respekt für ein gesinniges Kind, das auch für euch zwei. Die Stille da nicht, ist immer leise, dem Wein ein, das zu bleiben, ja nicht so voll. Ungefähr so wie unsere heutigen Kontrahenten, statt zu geschenken werden, wie sie schenken können. Wir haben ein bisschen mehr Gehirne, und seit Jahren möchte ich die Stille. Wir sind schlau und ihr seid dumm, rabibbel, rabang, kaputt. Nichts anderes, ich, wenn alle ein paar Freunde hier weit haben. Das war, dass du dieses Zahnlechtchen bist. Gehirne, 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 gehirne! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hey, Sama! Whoa, whoa, whoa! Die Brotherhood wieder. Typisch. Naja, sie hinterlassen es dann aber am Ende doch ganz sauber.